2. 3. 4. 5. 4. 4. 5. So was, heri Mo. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 1. dans un sau. Au revoir. Au revoir. Dann wird der Teil von den rechnen an. All belonging in dieses Bereich. Hier haben wir 3. Hier haben wir 3. Hier haben wir 3. Hier haben wir. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Dann ist es gut, dass es gut ist. Dann ist es gut. Dann ist es gut. Das ist alles über die Kratom. Wir werden nicht mehr verletzen. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Die Bands sind sehr klar. Die Bands sind sehr klar. Hier, hier, wenn wir hier nicht auf jeden Fall, dann ist das die Moltene. Hier. Dann ist das die Moltene. In dieser Seite sind die Moltene. 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 und die Kammar so, über diese hoher Länge und die Kammar und die Kammar und die Kammar die Kammar und die Kammar Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Platform. Dann ist es auch ein Problem. Dann ist es ein Problem. Dann ist es ein Problem. Dann ist es ein Problem. Dann kann es nicht mehr nach. Das ist sehr simplifiert. Dann probiere das. Das ist eine Schlagsmobilität. Dann ist es ganz nur um Sammobilität. Sieg room mobile bed. Sieg room, all over there. Sieg room, all over there, all mobile bed. Same. So, what you say? These Rao's, you know, Hanujani, Simhika, Yoranakku, all these rooms are also present here. So, they are all different. So, what about this? Suppose I take the Delhi, Delhi mobile bed. Delhi Arabali mobile bed. Sediments which are present in Delhi Arabali mobile bed. Same sediments are also there in Vinyans. Nearby Vinyans. But Vinyans remain at the platform. Same group of sediments in the mobile bed are deformed on the bottom. That is the basic difference between platform and mobile bed. Same time, they are deformed on the bottom. But if you go to the mobile bed, these are deformed on the bottom. That is the basic difference between the mobile bed and the platform. Same time, they are deformed on the bottom. And then the, the mobile bed is produced. But it remains untouched. That is why this platform. So, this is you move all here. So, this is a single model here. Jetzt sehen wir, dass dieses HSS-RUYEM-GRADE ist. Es ist eine Arquate-GRADE. Arquate-GRADE. Jetzt über die SYNCHRUM-GRADE. Entschuldigung? Die SYNCHRUM-GRADE ist die SYNCHRUM-GRADE. Das ist die SYNCHRUM-GRADE. SYNCHRUM-GRADE. Entschuldigung? Die SYNCHRUM-GRADE. Sie müssen auch etwas herausfinden. Das ist ein Schraber. Sie ist ein Schraber. SYNCHRUM-GRADE. Sie ist ein Schraber. Es gibt dort die Bedeutung und die Bedeutung. So, bitte schweig. Wenn man hier aus der Bedeutung kann, dann kann man die Bedeutung nicht lesen. Er ist sie auf den Bedeutung. Dann gibt es die Bedeutung. Ich bin jetzt der Bedeutung. Ich bin jetzt der Bedeutung. Dann bin ich mit ihm zur Bedeutung. Er ist ein Bedeutung. Ich habe keinen Einzigen. Ich schreibe es. Ich schreibe es. Wenn ich den F-B-F-B-B-E-N-G-A-S-S-A-S-A-H-S-A-T-S-A-T. die Für die chiar-swein-Üster. Wenn uns die Menschen nicht mehr übernehmen, wenn sie auch nicht mehr übernehmen will. Wenn du es von einem, eben ein, auch der Person nicht mehr übernehmen will, dann tr Walking, dann trbayen das zu ihm. Und dann trun die anderen. Aber die Mutter nicht mehr übernehmen will. Das ist alles, wir müssen uns mit dem Angst vornehmen. Wir müssen uns nicht mehr übernehmen, der sich die Menschen nicht criterion und werden. So, Singur is here, so you see the important places I have told you, Jamshedpur is here, then Ghosabani, then Bahargoda, can you see? Bahargoda. Remember all these names just for your information, second thing. Bahargoda is the Eastern part, from there it starts its name, Bahargoda. Bahargoda, it goes like this when I put it up, to where? Somewhere near you know, Chakradhattu. Chakradhattu. Chakradhattu's name is there? Chakradhattu. Chakradhattu. What should it be written about that also? No, no, we will do it. I am writing one or two. They are here to clear that place, but somehow, immediately I want to be collected. Das ist ein Mapping. Das ist ein Mapping. Bisher wurde das Mapping. Das ist ein Mapping. Das ist ein Mapping. So these are the areas, you know, where you see a high, very highly seer drop, seer drop and mark by a high, very high. So this is the single seer zone and the northern margin is defined by the upper Das ist die Northern Marien. Was ist das? Was ist das? Tomar 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 So we get the solar door who I talked about This is also South South Power Flow Soft So this is the र Hier sieht man, in der Mitte des Mobile-Belds sind die Földer-Belds. Hier sieht man, hier, 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 hier. Das ist ein Dalma-Balkanisch. Dalma-Balkanisch. Almost near the center. Dividing this room, one of them into two parts. Dalma-Balkanisch. Once you see of Ptholites, Ptholites, Pterotites. So, sometimes this is referred as Dalma-Optholites. Probably this is an old Oceani-Cross. This is called Dalma-Optholites. Dalma-Optholites. Just like that, it's a center of the surface. So, now, we have two zones here. One is here, between single Seer zone and Dalma-Valkanisch. Another one is Dalma-Valkanisch and Ptholites. These are two beds. So, this bed and this bed, how they are behind? Okay, I'll just move this part. So, you have not two beds, sir. I'm drawing it like this. So, now, make it more than a little, you know, outside the bed. Let me take the help of this bed, sir. One is, This is a big purple bed. So, now, we have two beds. This is a big purple bed, and we have two beds. This is a big purple bed. This is a big purple bed, And the red bed is a big purple bed. 1. Bauchiru Chandi, 96.8. Singhungku Singhungku is further divided over into a parcel compromet, Ferran Pari, Chai Vasa Formation, then Lalgoon Formation. Dann die Dinger line kommt Dalma-Bhutanji. Dann die Chandil group. Das Alkombrotere, Darmikon. Dann die Sist and Phelais. Sist and Phelais. Sist and Phelais. Chandil group, These are mostly made of of Chod, Bhangsa leaves, Bhangsa leaves, Dann sylite, Hefrim sylite. That is how this syndrome origin is depicted. Das ist der Fall. Das ist ein Chandelier. In between haben Darmalama, Opio-Lite-Bed. Wie geht es? Wenn wir weiter nach unten kommen, dann kommt die Schotlak gut nach. Schotlak gut nach. Dann kommt die andere Part. Das ist nicht Othin-Arogen. Das ist nicht Othin-Arogen. Das ist eine rad moree. Das ist einfach nenhum soh 지금, current boa akl ist ein Wahend. Das ist ebenso bisschen, Wenn die Schotlak gut nachfit, dann kommt das inあ否 zu predigen Wenn die Schotlak gut nach covers hat, dann kommt die Schotlak gut nach oben. Here we can see that we can see here. Now we can see this map. Now you can see this map. This is a map on the other side. This map I have to put in here. This side there is another map. We will take this. It is a small map on the other side. Ja, diese Partie kann man sehen? Ja, ich mache es etwas einfacher. Jetzt muss ich es. Jetzt muss ich es einfacher. Jetzt muss ich es einfacher. Jetzt muss ich es einfacher. All diese Dinge, die wir benutzen, für unsere Technosmodelle. Syncrum Group, Syncrum Arogen, Syncrum Tratum. Ich mache es etwas einfacher. So, wie diese. Hier ist ein Syncrum Tratum. Die Mobile Welt ist hier. Wie diese. Entschuldigung? Das ist ein sehr charakteristischer Darmalama. Syncrum Group, Dandik Group. Wenn Sie auf diese Seite sehen, hier ist ein Gangkul Group. Auf der Westen Seite. Auf der anderen Seite der Mobile Welt ist ein Gangkul Group. Jägen hier müssen wir, die ein Gangkul Group vom Kran 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 machen. Wenn Sie auf die Seite sehen, dann können wir das mit der Kommentare vergeben. Jetzt gehen Sie nach oben. Das ist ein Gangkul Group. Jetzt gehen Sie hier. Du bist so toll und dann gehen. Die Gangkul Group dieses Gangkul Group Hier ist es ein Schaub. Es gibt ja einen Schaub. Hier ist es ein Schaub. Es ist ein Schaub. Herr, bitte. Sie sind die Schaub. Sie sind ein Schaub. Was für was? Limestone. Very pure Limestone. So what is? It is a... Lead in the head. Lead in the head. In the heart in the name of Gondai. Gondai, this is the only place where you find the Gondai devour. What is Gondai? Very famous for Maganek. Lead in the head. Lead in the head. And a Limestone. Very important belt for an economic part here. So this belt, you know, the entire single origin belt and this part as I told you, copper thrust. So much energy with copper. You name this as a copper thrust. A copper belt. Along with copper, what you get? Do you remember, you know, about this case? Amish with Patrania. What is copper with copper? He is not. Late in head. Late in head. And he is dead. He is dead. See, copper does not assist you to the lead. Very rare. Very rare. Why can't you just tell me? Copper and lead thing, they do not assist you. Copper can have its work. Very rarely they assist you. That's why they need to check. But there is lead thing assist you to copper. Because copper offers independent. Very rare. Two deposits have. See how Jawa. Jawa, Jawa Ramalaya is famous. Jawa, what can you do? What is the lead thing? No. The lead thing is. Where is the copper in Rajasthan? Khetri belt. Khetri belt. Khetri belt. He is the lead thing. They do not go together. Their origin is really. But there are places also. Amba Ji is a place where you find all the copper, lead thing, both equally amount. Das ist, dass wir uns nicht mehr kubben sind. Das heißt, es ist eine kleine Kuppe. Aber dieses Problem ist. Jetzt wird es ein kubbel. Dann gibt es ein kubbel. Wenn es ein kubbel geht, dann kommt ein kubbel. An der Kubbel, das ist ein kubbel, der Kubbel, das ist ein kubbel, dann ist ein kubbel, Danke.